Der heutige Tag ist im Rahmen des Nationalen Zukunfts-Tages abgelaufen, der immer im November jedes Jahr stattfindet. Wir von local.tr und search.tr haben uns entschieden, dass wir hier das erste Mal bei Mädchen-Informatik mitmachen. Wir haben dazu ausgeschrieben, sechs Mädchen haben sich angemeldet und das Ziel war, diesen Mädchen auf eine spielerische Art und Weise die Informatik näher zu bringen. いerale, Sixth street. Die steht hier zurück will också ein ger précis. dass ich dieseонsche Leute heuteattiin vom Video einsteht. Ich empfeh es in die Kam? Die z поз Untertitelung. BR 2018 Mir hat es sehr gut gefallen, weil es einfach eine lockere Atmosphäre war und wir auch viel lernen konnten. Ich fand das Programmieren des Spiels, das wir gemacht haben. Das Spiel heisst Pong und es geht darum, dass der Bölle von Wänden abprallt und man versucht, dass der Bölle den Boden nicht erreicht. Mir hat es gefallen, weil das Programmieren hat mir mega viel Spass gemacht und die Leute sind sympathisch und mir hat alles gefallen. Das Spiel heisst.